Grüßt euch, Jungs, Mädels, meine lieben Zuggucker und Zugguckerinnen. Willkommen back to, äh... Wie heißt das Spiel nochmal? Abpflanzen gegen Zombies, genau. Ich hab mir gedacht, wir machen einfach mal auf Team Sieg. Ich bin jetzt gerade total geil auf das Spiel. Wie gesagt, dass, äh, ich weiß gar nicht, ob ich es im letzten Part gesagt hab, im ersten Part. Es wird nur ein kurzes Let's Play. Ich glaub, ich mach da nur so 10, 12, 13, 14, 15 Parts von... Einfach mal, wie ich Bock hab. Vielleicht geht's dann auch noch weiter, ich weiß es nicht, aber wie gesagt, da es ja ein Multiplayer-Spiel ist. Die Dinger sind ja immer unendlich und ich möchte halt nicht unendlich viele, ähm, Multiplayer-Spiele haben. Da ich mit GTA Online schon ein bisschen dran bin und dann hier zwischenzeitlich gerade noch mit Warface und dann auch Call of Duty. Ähm, ja, ich muss da mal einen Riegel vorschieben, weil sonst hab ich irgendwann 10 Online-Let's Plays und dann komm ich gar nicht mehr klar. Ja, deswegen wollte ich einfach nur eine kleine Partie spielen. Einfach mal ein paar Münzen sammeln, ein paar Punkte bekommen, ein bisschen glücklich sein. Bei dem Spiel ist mir sowieso meistens nicht aufgeregt. Ähm, von daher kann das eigentlich ganz gut laufen, würde ich sagen. Wenn diese Ladezeiten nicht so lange wären. Die Ladezeiten sind ja schon ein bisschen hardcore, dass die schon ein bisschen länger sind, aber was wollen wir machen? Ist halt so, ist halt leider so. Ich hab mir das Spiel runtergeladen, also auf der Festplatte ist es auf jeden Fall schon mal gut und sicher. Dauert immer noch lange, immer noch lange. Und ich bin hier alles an Quatschen, weil ich möchte, dass die Ladezeit nicht mehr vorbei ist, dass wir endlich spielen können. Aber es kommt als nix. Mann. Hier. Der erste, das erste Team, das 50 Gegner nicht gewinnt. Und es geht los! Was spiele ich? Ich... Ja, hier. Ne? Machen wir den Fußsoldaten. Ja, das war ja ein schnelles Match. Wir haben gewonnen! Ja. Äh. Gut. Für nichts Punkte bekommen. Schönes Ding. Find ich gut. Ne, ich will nicht beenden. Ich bleib nochmal hier. Nächste Runde geht in... 55 Sekunden los. Und... Ja. Ich werde das vorspulen. Ne? Bis gleich. So, neue Runde, neues Glück. Wir sind diesmal im Pflanzenteam. Und spielen... Was spielen wir denn mal? Spielen wir mal die Sonnenblume. Was können wir denn? Wir können einen Heilstrahl machen. Äh, ich spiele das Spiel übrigens noch sehr blind. Äh, ne? Ah, wunderbar. Wie kann ich das machen? Hahaha. Schönes Ding. Okay, passt. Ah, okay. Das geht. Das geht ein bisschen. Ähm. Sonnenimpuls. Ich kann nachladen, gell? Ja, so kann ich nachladen. Ich bedanke mich recht herzlich. Auch im Namen von meinen Eltern. Stirb! Stirb! Ist das doof. Mano. Wieso? Äh, ich respawne lieber mal jetzt. Und versuche. Kann ich denn schneller mal zu den Gegner gehen? Das witzige ist, es gibt ja wirklich viele Möglichkeiten. Kann ich dich... Ne, kann ich nicht. Okay, heilen bringt nichts. Ach, Granaten kann ich ja gar nicht werfen. Aber ich kann... Stirb! Stirb! Ja, danke für die Vorlage. Ich kann nicht heilen. Ich kann nicht heilen. Stirb ja, ja! Bitch! Okay, ich muss mal nachladen wieder. Wo ist denn mal ein Gegner? Äh, Quatsch, ein Gegner, ein Teammate. Ich möchte mal ein Teammate heilen. Ach ja, warum? Das ist ja unfair. Ha. Komm, ich respawne lieber jetzt. Das dauert mir sonst zu lange. Aber was sehr cool ist, mittlerweile geht das ein bisschen schneller, wenn man respawn. Vorher mit dem ersten Part hat es ja noch ein Momentchen gedauert. Ja, angeschossen. Sehr schön, das war schon mal gut. Müsse ich mal schnell nachladen. Und davon ist auch noch einer. Angeschossen? Nee, ich habe nicht angeschossen. Warum nicht? Wir sind hier jetzt gerade auf dem Schiff. Ja. Ja! Ich bedanke mich. Stirb! Verflucht. Nein, ich will nicht sterben. Nein, 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 nein. Okay, neue Herausforderung. Scheiße! Nicht der schon wieder. Oh man! Ah! Nur noch ganz wenig Gesundheit hatte der Drecksack. Das ist ja schade. Was habe ich denn jetzt gekriegt? Ich habe doch eine neue Fähigkeit bekommen, gell? Sonnenstrahl. Was macht das denn? Alter! Ach ja, wie funktioniert das? Muss ich gleich mal testen. Kommt! Nein! Ich habe den Falschen geheilt. Ja! Alter, wie geil ist das denn? Ha, ha, ha! Ja! Wie cool ist das denn? Alter, das ist ja richtig cool. Ich freue mich ja gerade wie ein Schnitzelchen. Nice! Alter, das Spiel ist cool. Das ist ja richtig, richtig cool. Ich mag es. Ich mag es wirklich. Ich heile dich! Ich heile dich! Ich rette dich! Was muss ich drücken? Mist! Ja! Bitch! Nein, Junge! Bleib hier! Bleib hier! Ich muss dich heilen! Ich muss dich heilen! Ich muss dich heilen! Danke! Ich habe eine Vorlage gegeben, gell? Ja. Verflucht! So, ich heile dich mal schnell. Ja, das Problem ist, der ist einfach sauschwach. Oh! Alter! Wie mies! Jetzt bräuchte ich nur noch ein paar Gegner, dass ich, äh, die Dingsbums... Ja! Ja! Hahaha! Sehr schönes Ding! Noch 10 Abschüsse! Jungs, Mädels! Das schaffen wir, oder? Kann ich auch aufstehen? Ja, ich kann aufstehen. Aber dann ist halt mein Ding weg, ne? Ja, dann muss ich erst mal warten. Wow! Ja! Nein! Oh ja! Baby! Baby! Ich hab dich! Ich krieg dich, ich krieg dich, ich krieg dich, ich krieg dich! Ja! Nein! Schade! Alter, ist das Spiel cool! Ich find's ja richtig, richtig gut! Es macht auf jeden Fall sehr viel Laune, das Spiel. Ich kann nicht wiederbelebt werden. Möchte mich jemand wiederbeleben? Keiner? Na gut, okay. Scheiße auf den Game. Eigentlich eine gute Taktik ist es ja, kurz bevor wir fertig sind. Ne? Also ungefähr jetzt bei den Frags hier, bei dieser Liste, gar nicht mehr zu respawnen, absichtlich. Ach, komm her! Nein, komm her! Gewonnen! Yes! Sehr cool! Finde ich sehr, sehr cool. Geile Sache, ehrlich. Ich bin Zweiter! Ehrlich? Ja, weil ich ein Heiler war. Weil ich der Heiler bin. Ich bin der Heiler. So, meine lieben Zuschauer, ich werd hier nochmal einen Schnitt machen und dann sehen wir uns gleich wieder. Also bis dann, haut rein!